Ja, liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt große News, nämlich ein neues Update, ein etwas größeres Update ist wieder angekündigt worden, das Update mit der Nummer 2024.26. Und das soll uns unter anderem, soweit bisher bekannt, YouTube Music bescheren. In Verbindung mit einem Premium-Konnektivität kann man eben halt auch im Tester dann YouTube Music starten. Entweder man hat Premium-Konnektivität oder eine aktive WLAN-Verbindung. Das könnte zum Beispiel auch ein Hotspot über das Handy sein übrigens. Wenn man genügend Datenvolumen auf dem Handy hat, kann man es auch darüber laufen lassen. Dann hat man eine WLAN-Verbindung und kann eben halt YouTube Music anwerfen, was ja auch noch monatlich Geld kostet. Also hier ein Zehner und da ein Zehner, das wird ja nicht weniger. Ähnliches gilt für Amazon Music. Auch hier ist eine Premium-Konnektivität erforderlich. Amazon Music hatte ich ja schon mal erwähnt vor einigen Videos, dass das kommen wird. Mit diesem Update soll es jetzt reinkommen. Dann haben wir die Kindersicherung. Auch das hatte ich mal angesprochen. Und zwar wird es so sein, dass man ein Profil anlegen kann für die Kinder oder Jugendlichen, jungen Fahrer, die dann eben halt nur über einen bestimmten PIN das Auto starten können. Und dann kann man eben halt für dieses Profil bestimmte Sachen einstellen. Zum Beispiel soll die Beschleunigung lässig sein. Hier steht jetzt chill, das ist aus dem Englischen. Soll dann nur auf lässig sein. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll gegeben sein. Also eine Höchstgeschwindigkeit soll eingestellt sein. Und dann kann man die Geschwindigkeitsbegrenzungswarnung und automatische Notbremsung und so weiter und so fort entsprechend einstellen für dieses Profil. Und wenn man das aktivieren will, muss man auf aktivieren Sie die Kindersicherung im Fahrzeug oder über die Tesla App navigieren Sie zu Steuerung, Sicherheit, Kindersicherung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie eine PIN ein. Fahrer können die Steuerung nicht deaktivieren oder die Einstellung ändern, ohne die PIN erneut einzugeben. Aha. Ja, das heißt, wenn ich mein Auto an meinen jugendlichen Sohn, jugendliche Tochter geben will oder an andere Fahranfänger, dann ist das sicherlich nicht schlecht. Dann sehr interessant finde ich auch die Wettervorhersage und Luftqualität. Und zwar wird es wohl ein sogenanntes AQI-Symbol geben. Ich kann das mal kurz zeigen. Auf einem Bild hier sieht man das. Das Bild kommt von der Tesla App. Da oben sehen wir AQI 35. Das ganze Symbol ist grün. Das heißt wohl wahrscheinlich, dass die Luftqualität ganz gut ist. Gehe ich mal von aus, da gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien, die kenne ich jetzt im Augenblick nicht, aber generell ist es lumpenswert, wenn ich im Auto erkenne, wie denn um mich herum die Luftqualität gerade so ist. Und zwar nicht nur wie warm und kalt, sondern eben halt einfach die tatsächliche Luftqualität. Interessant wäre ja im nächsten Schritt, wenn man eben halt auch sehen könnte, wie denn die Luftqualität an meinem Zielort ist. Ob das auch dabei ist, kann ich zur Zeit nicht sagen, aber einige Leute spekulieren darauf, dass man eben halt auch für den Router schon sieht, wie denn die Luftqualität am Ziel ist. Das Ganze erfordert auch wiederum Premium-Konnektivität. Dann soll man das Laden und Vorkonditionieren etwas genauer planen können. Planen Sie über das neu gestaltete Menü oder die Tesla App das Laden oder die Vorkonditionierung Ihres Fahrzeugs. Sie können einen Standort auswählen, einen einmaligen Vorgang planen, bestimmte Zeiten oder Wochentage wiederholen und auch steuern, wann der Ladevorgang beginnt und endet. Ja, sowas ähnliches können wir ja schon machen, also für andere Standorte, okay, wer es braucht. Also finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so wichtig. Wichtiger finde ich das schon an dem nächsten Punkt, und zwar, dass man zu sogenannten Unterzielen navigieren kann. Was ist das? Wenn ich beispielsweise zum nächsten Flughafen navigiere, dann wird mir dieses Navigationssystem dann anzeigen, ob ich denn vielleicht zum Terminal 1, 2 oder 3 will oder ob ich kurz oder lang parken möchte oder jemanden abholen will oder irgendwie so, so dass man eben halt automatisch dann auch tatsächlich zum richtigen Punkt am Flughafen ankommt. Flughafen oder was könnte es sonst noch sein? Großes Kauf, so ein Mall in Amerika, so diese riesengroßen Kaufcenter, da könnte ich mir sowas auch vorstellen. Dann gibt es noch ein paar andere Updates, die schon bekannt geworden sind. Die Schlacht von Politopia ist irgendwie verändert, erneuert worden. Vampire Survivors ebenfalls, dann wird es ein neu gestaltetes Klima-Bedienfeld geben. Und zwar kann man dort auf Knopfdruck bestimmte Komforteinstellungen einfach auswählen. Finde ich gut. Wenn man aus dem Auto rausgeht, irgendwie einen Spaziergang macht im Winter, wo es besonders kalt ist, dann wird man ins Auto, drückt den Knopf und es wird mollig warm. Oder umgekehrt, im Sommer, man schwitzt schon und geht wieder ins Auto und es wird schnell wieder kühl. Dann im Automodus kann die Lüftergeschwindigkeit jetzt automatisch verringert werden, um Umgebungsgeräusche während eines Telefongesprächs zu reduzieren. Ja, alles sehr interessant für alle, die sehr viel telefonieren müssen vielleicht im Auto, dass immer dann, wenn ein Telefongespräch reinkommt, eben halt zum Beispiel die Lüftergeschwindigkeit sich um ein, zwei Stufen reduziert, damit es halt etwas leiser ist im Auto. Dann die Zoom-Meeting-Software, die App, wird standardmäßig im Vollbildmodus angezeigt und man kann, wenn man möchte, auch eine Verbindung über einen QR-Code starten. Und als letztes steht hier, das musste ich gerade selber nochmal nachgucken, was das überhaupt ist, Tesla Mic wird jetzt in Verbindung mit der Verfügbarkeit im Tesla Store unterstützt. Das heißt, Tesla Mic ist wohl ein Mikrofon, was man vor allen Dingen für diese Karaoke-Geschichte braucht oder brauchen kann. Nicht so meins, ich habe es jetzt auch nicht in die Tiefe weiter gelesen, was das jetzt sein soll, aber wenn ihr mehr darüber weiß, schreibt es gerne rein in die Kommentare. Meines Wissens hängt das mit diesem Karaoke-Programm zusammen. Dann gibt es natürlich Sicherheitsverbesserungen, wie immer. Und ja, das war es eigentlich. Veröffentlicht wurden diese ersten Informationen am 3. Juli. Und das wird sicherlich nicht alles sein. Das sind so die ersten Hauptänderungen, die dokumentierten Änderungen, die bekannt geworden sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Da gibt es bestimmt noch einiges mehr, was dann halt erst später bekannt werden wird. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ausreichend informieren über das nächste Update und schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ciao.